Herzlich Willkommen zu einem neuen Video bei CryptoKey. Leute, heute ist es sehr, sehr früh, heute ist es 7 Uhr morgens, aber ich muss ein Video abdrehen, weil ich habe heute einen sehr, sehr, sehr langen Tag. Um was reden wir heute, über was geht es heute? Es geht um den CoinWeb Token. Es seid wieder ihr persönlich gefragt, also eure Informationen sind gefragt in meinen Kommentaren, denn alle, die mitgemacht haben beim CoinWeb IDO, ich habe euch ja gesagt in dem Video, in meinem vorletzten war das, ihr müsst ja den CoinWeb, also eure WPET-Token stacken, um an den CoinWeb IDO teilzunehmen. Es hat auch Leute gegeben, die mussten nicht stacken, also man konnte auch teilnehmen ohne zu stacken, aber, und da geht es mir jetzt darum, damit wir auch sehen, wie tickt dieses ganze System bei Veloge, funktioniert das alles, wie viele WPET-Token habt ihr zum Stacken gegeben, das ist die erste Frage, wie lange habt ihr diese zum Stacken gegeben und wie viele CoinWeb-Token habt ihr erhalten? Wir werden uns jetzt nämlich das im Detail dann anschauen, was die Spesen sind, damit wir diese CoinWeb-Token auch claimen können und ob sich das auszahlt zu claimen. In meinem Fall muss ich ja ganz ehrlich sagen, zahlt sich das eigentlich fast nicht aus, weil mein Tokenpreis einfach massiv steigen wird. Schauen wir uns aber alles gemeinsam im Detail an. Auf jeden Fall, genau. Ich habe, ich kann es ja auch, genau, das werde ich es auch gleich zeigen, ich habe 1.000 Token erhalten, also 1.000 Tickets, was gleichzeitig 1.000 Token sind und diese 1.000 Token kosten nicht, wenn ich sie jetzt einkaufen möchte, 13 US-Tether. Und ich habe dafür 627 WPET auf 6 Monate zum Stacken gegeben. Warum nur 6 Monate, habe ich eh schon in einem anderen Video erklärt, beim WPET-Stacking. Auf jeden Fall ist es jetzt so, jetzt haben wir 13 US-Dollar, was mich diese Token kosten, aber wie viele Spesen kommen jetzt auf mich hinzu, damit ich sage, zahlt sich das aus, mir diese 1.000 Token zu holen. Und genau das möchte ich jetzt im Detail mit euch durchgehen. Wir schauen sich das auch live an. Wie viele Spesen muss man, es läuft ja alles über die Ethereum-Chain und die ist doch recht teuer mit den Spesen. Und du brauchst OSZ auf dein Metamask-Wallet und du brauchst nochmal Ethereum auf dein Metamask-Wallet. Solltest du nicht genügend haben, musst du beides hinüberweisen. Beides ist mit Spesen verbunden. Und was das eben im Detail ausmacht, schauen wir uns gemeinsam jetzt an. Dazu schwenke ich einmal immer ein Screen-Monitoring. Und ihr seht hier jetzt live, ich habe hier 1.000 Token zur Verfügung. Also 1.000 Tickets, was 1.000 Token sind. Wäre ein Preis von 13 US-Tether. Denkt man sich, ja geil, okay, 13 US-Tether ist doch verdammt günstig, würde ich machen. Wenn ich jetzt aber auf Purchase-Token gehe und jetzt kommen wir zu den ersten und hier siehst du auch, ich habe 627 Token zum Stacking gegeben. Das sind halt die Bonus-Stacking-Token. Und wenn ich jetzt aber auf Purchase gehe, kommen schon einmal die ersten Spesen, die auf einen Zug kommen. Ich klicke jetzt einmal darauf. Du musst natürlich mit Metamask-Wallet verbunden sein. Es öffnet sich. Und er sagt jetzt, 30,24 US-Dollar sind einmal die ersten Gebühren. Ich re-runde jetzt auf auf ca. 31, ja. Aber das ist jetzt nicht die Gebühr, damit du diese Token schon auf deinem Wallet bekommst. Nein, da steht hier eh, give permission to access your USDT. Das heißt, du gibst nur die Erlaubnis oder die Möglichkeit, damit V-Launch auf deine US-Tether zugreifen darf. Okay, jetzt hat es sich gerade ein bisschen gesenkt. Ich bessere das jetzt mal aus auf ca. 30 Dollar, ja. Je nachdem, wie es ist. Damit du, das haben wir beim V-Launch-Token schon einmal gehabt, damit V-Launch die Möglichkeit hat, von deiner Metamask-Wallet US-Tether zugreifen und diese auch zu empfangen. Das ist nur mal so eine Bestätigungsgebühr, ohne noch etwas anderes dazu. Wir könnten jetzt die, also das wollten wir nicht, nein. Wir könnten das jetzt editieren. Ich habe das schon einmal gezeigt, ja. Auf Medium oder so. Du siehst es aber, hier tut sich nicht viel, was die Gas-Fies angeht, ja. Aus dem Grund würde ich das auf high lassen und gar nicht viel herum tun. Ich lehne das aber jetzt ab. Wir haben jetzt einmal die ersten Gebühren, die wir hier haben, ja. Die auf jeden Fall anfallen. So, das sind die ersten Gebühren. Die 30 Dollar circa nur, damit die Bestätigung ist. Dann haben wir noch, und da kommen wir zum nächsten, ich muss ja die 13 US-Dollar auch zahlen, ja. Wir haben die 13 US-Dollar für den Token oder US-Tether. Diese müsste ich mir dann natürlich aus meinem Finance-Wallet oder jedem Wallet, wo du auch immer bist, müsste ich mir diese auszahlen lassen. Wir können zum Glück vorab schauen, wie viel wären die Gebühren in Ethereum Smart Chain Netzwerk, also in Ethereum Netzwerk, ja. Und du siehst hier, das wären 24 US-Dollar, damit ich, nur ein Spesen, damit ich meine US-Tether auf meinem Metamask-Wallet bekomme. Das heißt, ich habe hier nochmal 24 US-Dollar Spesen, damit ich US-Tether auf meinen Metamask-Wallet senden darf. Aber, und das ist jetzt, hier steht zwar jetzt, ich kann Minimal, Minimum 10 US-Dollar auszahlen, wenn ich aber für Ethereum Smart Chain gehe, muss ich mindestens 50 US-Tether auszahlen. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, wir haben zwar 13 US-Tether, die mir das kosten, aber du hast Erstkosten eben von den 50, ich rechne diese mal nur so beiläufig dazu. Wenn wir dann aber weitergehen, weil, und das ist eben das Problem, ich habe jetzt aktuell ja auch, wenn ich hier hineingehe, zu wenig Ethereum als Spesen für den Übertrag, damit ich diese Token anschließend an meinen Metamask-Wallet überweisen kann, zahle ich ja wieder Transaktionsgebühren, also Gasfees. Und da kommen meine Ethereum, wie ich sie jetzt habe, auf gar keinen Fall hin, sondern da rechne ich nochmal 80 bis 100 Dollar, ich nehme jetzt einmal eher 100 US-Tether im aktuellen Fall, die da nochmal dazukommen, die ich hierhin überweisen muss an Ethereum, aber dabei bleibt es ja nicht, weil, wenn ich hier jetzt umwechsel auf Ethereum und ich möchte auszahlen die Ethereum, kommen nochmal 16,82 Euro, das sind umgerechnet circa 20 US-Trader oder 20 US-Dollar, das bleibt eh das selber, an Transaktionsgebühren hinzu. Und das sind jetzt natürlich alles Spesen, die wir zusammenrechnen müssen, um zu sehen, zahlt sich das aus, damit wir diese Token, die eigentlich 0,013 Cent kosten, auch wirklich kaufen, oder wohin steigt der Tokenpreis danach? Und da ist jetzt eben bei mir die Frage, bei 1.000 Stück, ob ich das auch wirklich machen werde. Und um das jetzt im Detail durchzugehen, ich habe, wenn wir jetzt alle Summen durchgehen, wir haben einmal die 30 Dollar, die ersten Spesen für die Bestätigung, nur damit Reloge auf die Website hinzugreifen darf. Dann haben wir 13 US-Dollar für den Token, was ja sehr, sehr akzeptabel ist. Da lasse ich noch die 50 Dollar circa weg, den nehme ich zum Schluss, was mindestens Withdrawys ist. Nehme ich zum Schluss nochmal als Pauschale mit hinein. Dann haben wir 24 US-Dollar noch dazu, das waren die Überweisungsspesen, genau, der ist US-Tether an das Metamask-Wallet. Dann haben wir nochmal 100 US-Tether, genau, ich nehme jetzt circa 100 US-Dollar circa an Spesen für das Claiming. Es kann sein, dass es auch nur 80 sind oder ähnliches, aber ich rechne lieber mal ein bisschen mehr. Also ich nehme jetzt diese 100 US-Dollar, damit Reloge oder du die Coin-Web-Token von Reloge auf den Metamask-Wallet bekommst, sind das die Überweisungsspesen. Und dann haben wir noch einmal die 20 US-Dollar für die Ethereum, was wir eben an das Metamask-Wallet senden müssen. Also die 100 davor waren ja in Ethereum gemeint und jetzt haben wir die Überweisungsspesen, was wir nach Ethereum, also auf das Metamask-Wallet senden müssen. Sorry, sie sind noch wirklich früh, ist nicht meine Zeit. Das heißt, wir wären jetzt insgesamt bei einem Preis von circa 187 US-Dollar, die mich das definitiv in etwa kosten wird. Weil leider gibt es noch nicht die Binance Bridge in Reloge, wie sie es angekündigt haben. Und wenn wir aber jetzt diese Gesamtausgabe von den 50 US-Tether, die wir mindestens einkaufen müssen, dazurechnen, sind wir in etwa bei 220, die wir erst Investitionen haben. Die bleiben aber nachher sowieso liegen die US-Tether, diese anderen, was du nicht benötigst. Aber trotzdem musst du sie jetzt einkaufen. Also ich rechne jetzt einfach mal ohne diesen Pauschalding auf. 187 Dollar würde mich das kosten. Das heißt, mich würde ein Token 18,7 Cent kosten, statt diese 0,013. Also knapp 20 Cent. Jetzt ist die Frage, zahlt sich das aus? Ob sich dieser Token... Ist das schwierig? Wie entwickelt sich das? Ich persönlich, mir würde das viel einfacher fallen. Wenn ich wüsste, okay, diese 1.000 Tickets, die ich erhalten habe, sind keine 1.000, sondern 3.000, 5.000 oder 10.000, dann würde ich das sofort zuschlagen. In diesem Fall, muss ich sagen, ist das für mich kein IDO-Preis, wenn ich alles zusammenrechne, dass ich bei knapp 20 Cent pro Token bin, wo ich den einkaufe. Das ist schon... Ist der so viel wert, wenn der rauskommt? Kann ich ihn nicht vielleicht sogar günstiger dann kaufen? Sehr viel für und wider, was ich sagen muss. Deswegen, ihr seid jetzt gefragt, jeder Einzelne von euch, der am CoinWeb IDO teilgenommen hat, egal ob ihr gestackt habt oder nicht gestackt habt, wie viele Token habt ihr erhalten? Wenn ihr nicht gestackt habt, schreibt mir das bitte auch dazu. Oder wie viele Tickets habt ihr erhalten? Wie viele habt ihr gestackt, habt ihr nicht gestackt? Wenn ihr gestackt habt, wie viele VPAT-Token habt ihr gestackt und wie lange habt ihr diese zum Stacking gegeben? Das war nämlich wirklich interessant. Das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Liken, teilen und ähnliches nicht vergessen. Morgen, glaube ich, sollte das nächste kommen, wenn sich das alles... Sollte ich schaffen ja morgen. Nur am 31. werde ich eine Pause machen. Am 1. geht es wieder. Am 1. Jänner geht es wieder wie gewohnt weiter. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.